In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit dem mobilen Arbeitstisch PWB 600 von Bosch. Der PWB 600 ist durch seinen neuartigen Klappmechanismus besonders schnell und einfach aufzustellen. Die leichte Aluminiumkonstruktion sorgt für ein angenehmes Transportgewicht, ist aber dennoch sehr stabil. Zusammengeklappt benötigt der PWB 600 nur wenig Stauraum. Mit den flexiblen Spannbacken kann man auch runde oder sperrige Werkstücke sicher fixieren. Und nun viel Spaß mit dem mobilen Arbeitstisch PWB 600 von Bosch.